Hey Leute, heute geht es um das Thema Biofeedback und dazu habe ich mir den Experten Rainer Krutti eingeladen. Rainer hat beim Nicolab über dieses Thema gesprochen. Das Video dazu findet ihr auf nicolab.info oder einfach hier im Kanal. Was ist Biofeedback? Biofeedback ist eine Methode, mit der zumeist von Hilfe von Technik Zustände biologischer Vorgänge in unserem Körper sichtbar gemacht werden, über die wir uns ansonsten gar nicht bewusst wären. Man kann so zum Beispiel die Veränderung der Herzfrequenz sichtbar machen. Denn unser Herz klopft zwar regelmäßig, aber nie gleich. Wenn wir aufgeregt sind, schlägt es schneller, wenn wir entspannt sind, schlägt es langsamer. Aus diesem Muster können Experten wie Rainer Krutti sehr viele Schlüsse ziehen. Und dazu habe ich ihn interviewt. Denn ich wollte wissen, was denn so ein Muster alles über mich verraten kann. Dieses Muster des Auf und Ab nennen wir Herzratenvariabilität oder kurz HRV. Die HRV ist der Spiegel unseres autonomen Nervensystems. Unser autonomes Nervensystem ist dafür zuständig, Tag und Nacht ohne unser bewusstes Zutun nahezu alle unsere Körperfunktionen zu regulieren. Und dazu braucht es eine gute, gut funktionierende HRV, weil sonst kann eben die Regulationsaufgabe nicht optimal geleistet werden. Es gibt mittlerweile weit über 8000 Studien weltweit über das Thema HRV. Und der Tenor dieser Studien ist ziemlich eindeutig. Eine niedrige, eine zu enge Variabilität bedeutet, wir machen Tür und Tor auf für Krankheiten, die wir nicht haben wollen. Unser Körper muss gut regulieren können, um sich an Widrigkeiten anpassen zu können, um gegen Krankheitserreger vorzugehen, um uns innerlich in einen optimalen Zustand bringen zu können. Und wenn wir keine gute, gut funktionierende HRV haben, dann kann das der Körper nicht. Spannend ist aber auch, dass die HRV nicht nur ein Maß für Gesundheit ist, also für körperliche Gesundheit, sondern auch ein Maß für unsere psychische Widerstandskraft, was wir auch als Resilienz bezeichnen. Leute mit einer hohen, ausgeprägten HRV können wesentlich besser mit schwierigen Situationen umgehen, sind wesentlich weniger schnell überfordert und wesentlich besser in der Lage, auch unter Druck gut zu leisten, unter Drucken klaren Gedanken zu fassen, unter Druck eine gute Entscheidung zu fällen. Das heißt, wir brauchen für alle Bereiche unseres Lebens eine gute HRV. Und das können wir messen. In Kurzzeitmessungen oder auch in 24-Stunden-Messungen. Wobei die 24-Stunden-Messungen noch viel spannender sind, weil wir auch über 24 Stunden sehen, in welchen Situationen denn unser System gut angemessen reagiert und in welchen Situationen wir vielleicht überfordert reagieren, ohne es gar nicht zu merken. Und ist es möglich, meine Herzratenvariabilität zu trainieren, wie zum Beispiel ein Muskel? Und was bringt mir das überhaupt? Ja, in der Tat. Die gute Nachricht ist, wir können unsere HRV trainieren. Wir können für mehr Variabilität sorgen. Durch ganz einfache Übungen, so wie ich sie im Nikolab auch vorgestellt habe. Herzfokus und Herzatmung. Und mit der Zeit, wenn wir das regelmäßig tun, wird unsere Variabilität größer. Dann tun wir was Gutes für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Und wir tun auch etwas dafür, dass wir resilienter sind, widerstandsfähiger, dass wir auch in schwierigen Situationen eine gute Entscheidung fällen können. Unser gesamtes Leben profitiert davon, sowohl beruflich, im Studium, wie auch unser Privatleben. Aber man muss es tun, regelmäßig. Vielen Dank an unseren Experten Rainer Krutti und das sind die Top-Tipps, stressige Zeiten erfolgreich zu bewältigen. Danke fürs Zuhören, das war Lukas zum Thema Biofeedback. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.